Run to Earth und Maschinerik. Äh, du hast überlebt. Ich glaube das wurde gesplittet, ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Ich hasse diese Kopfhörerung. Zurück auf dem Oktober, ehrlich meine, neu. Wo wollte ich das gerade schon sehen, hätte ich auch nicht heilen müssen. So, Glotzmeets ist auch gleich fertig. Ähm, was für Quests haben wir noch? Gespenstiges Instabile Fusion. Das muss ich fangen. Oder das würde ich gerne fangen. Da muss ich noch gucken, wie ich das anstelle. Weil ich gerade nicht danach... Ja, 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 also gut. Was fliegt da denn? Das ist ein ganz normaler Schmetterling. Soll das Kirschblüm sein, den wir jetzt hier geflogen sind? Schwierig. So, und hier kommt nämlich dann später das Kraftwerk. Äh, dazu müssten wir... Also damit sind wir dann fertig fertig. Lass mich raten, das bist du, ne? Ja, instabile Fusion. Ja, instabile Fusion. Und ich bin immer nicht darauf geachtet, dass ich es ja eigentlich, äh... Ne? Was ist dabei, ich gerade? Ich hab's für Füße nicht. Was hier aber jetzt auch genau, was Wind sein musste. Was hier aber fucking stark ist. Ich... ich hab's befürchtet. Endlich wach. Sag mal, ich bin gestorben, weil dein Katzenvieh zu blöd... Ach, stimmt nicht, aber... Es muss aber jetzt auch wirklich Wind sein. Äh, vor allem mal, hat mir eine seltsame Kreatur erzählt, die ihr Gesicht hat. Ein Schornklang. Ich will keinen Kobold. Ich will das Averivor. Das ist ein Fliegevieh. Kann doch nicht wahr sein. Aber für die Fusion nach oben, für die instabile müssen wir uns auf jeden Fall besser vorbereiten. Ja, ich hab's ja beim ersten Mal schon verstanden, dass ich da nicht rein darf. Oh, ein Krabbe. Das ist halt... das ist wirklich blöd gelaufen. Ja, egal. Wer nicht? Ich... Ah doch, ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Ich war schon. Oh, Glotzumiets ist fertig. Gott sei es gedankt. Und mit dem Wasser von... Ja, genau, von der Dame. Viola. Viola, ich muss dich was fragen. Woher hast du diese ärmelose Jacke? Solche was habe ich noch nie auf Neuvira gesehen. Als ich an dem Strand diese sehr einsamen Insel gespült wurde, fand ich eine abgelegte alte Jacke eines Soldaten. Die Ärmel passt mir nicht, also entferne ich sie einfach. Muss sagen, dass ich sie äußerst lieb geworden habe. Du bist so cool, ich glaube ich stehe ein bisschen auf dich. Geschehst du mir deine immerwährende Liebe, teuerste Kayleigh? Hey, so einfach kriegt man mich nicht rum. Hat meine Freundin, in Anführungsstrichen, gerade mit... Ah, okay. Ah, um jetzt... Nachdem die Erzengel erschienen und wir zum ersten Mal fusioniert sind, ist mein Thema in letzter Zeit ganz schön seltsam geworden. Seltsam? Verstehe das nicht falsch, mit dir zu fusionieren ist cool, aber es ist schon auch schräg. Nein, du machst es schräg. Ich hätte wohl nicht erwartet, dass diese Insel mir noch mehr Überraschungen bietet, ganz zu schweigen von deinem Plan, einen Weg zu finden, sie zu verlassen. Meine Angunft ist schon so lange her, dass ich kaum noch daran gedacht habe, zurück zu gehen. Ich schätze, zu Hause stand ich nie jemandem so nahe, ich mag die meisten Menschen nicht. Ich glaube, deswegen denke ich mich so gerne ab. Als ich hier ankam, habe ich mich wie besessen auf Elektronik gestürzt, Lampen und Sachen für die Stadt bauen und so. Das gibt mir was, worauf ich mich konzentrieren kann, um nicht überall das nachdenken zu müssen, was mir fehlt. Ich glaube, bei der Suche nach dem Album war es genauso. Tut mir leid, dass ich so eine, tut mir leid, dass ich dich bin. Danke. Ich klang zwischendurch schon wie Kaylee. Weißt du, was ich meine? Sie tut immer so, als müsste sie sich für irgendwas entschuldigen. Genug mit dem ernsten Kram. Na los, bringen wir jetzt hin. Na ja, Gott sei Dank. Halt auch so viel zu reden. Oh, Glotzmietze. Obwohl ihr Gesicht einem Plassabittschirm ähnelt, kann die Cat5 auch immer problemlos sehen. Da sie keinen Mund hat, bezieht sie mit ihren beiden Käbelschwänzen statische Elektrizität aus der Atmosphäre, um sich mit Energie zu versorgen. Ja, okay, die setzen Energie mit Essen gleich. Ja, okay. Ich will keinen scheuen kleinen Kobold. Ich brauche keinen scheuen kleinen Kobold. Ich will die Fliegevieh haben. Meine Kampfbeherrschung wird dich in Erstaunen versetzen. Ich habe in letzter Zeit an meinen Künsten gefeiert. Und es ist nichts mehr los. Super. Kann auch nicht wahr sein, dass hier keiner das AVEVOIR, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gefunden hat. Kann auch nicht wahr sein, dass es kein Static Encounter mehr gibt. Einige Menschen sind verwundet zurückgekehrt. Ja, okay, das nennt man eine Fusion. Wenn die Nichtskönner zurückkommen mit Verwundung, nennt man es eine Fusion. Warum ist das? Für mich ist das kein Static Encounter mehr und wellness. Dunkelhöpp wird ein wenig, aber wir können nicht nochmalen Bland. Ich will eine große Herausforderung. Wenn die Nichtskönner machen, sage ich ganz gerne. Was das ist, was das ist, was ich will keine Riesen. so 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 ich hätte ja nicht gedacht das Pulse geben so lange dauert vor allem wenn ich überlege dass wir auch immer noch nicht den ähm das das Kraftwerk gefunden haben was wir wahrscheinlich kriegen wenn wir die instabile Fusion fertig haben nein ah die Marsklappe und dann links aus oh die sind beide die sind beide äh ey die Marsklappe will ich auf jeden Fall haben das ist so die Frage habe ich irgendwas dabei was ein Ball kann du hast ein Ball dabei nice oh du hast auch ein Ball das habe ich mir gesagt wenn wir schon wirklich zwei bootlegs kriegen dann möchte ich hier auch weiter ja das Problem ist nur dass ich nicht in dem Modus bin bootleg zu fallen sondern eigentlich in dem Modus ja eigentlich eher in dem Modus lassen wir uns ganz viele Sachen lassen wir uns ganz viel Level das macht es jetzt nicht besser weil du hast halt immer noch abgefangen und ich habe keine Massenattacke sogar dann neben Das war's für heute. Boah, die Chance ist nicht hoch. Ist das jetzt dein Ernst? Ich darf halt das Shepret nicht rauskriegen, ne? Also, weil das Shepret draußen ist und ich halt gebummst. Das kann doch nicht alles schneller sein als ich. Das ist doch ein Witz. Ich versuche jetzt erstmal die kleine Karni-Wiefer da wiederholen. Ich hab nichts zum Wiederbeleben. Oh freaking hell. Okay, das machen wir anders. Gibt's ne Glitze? Gibt's ne eine mit Glitze? Was? 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 Wer hat verdient? Was? 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 Bist du noch mal so multi schlafen? Nicht in der Nähe maun! Wie, Bist du noch mal? Ich werde ja keins von morgen kriegen. Hey, das war kein Sieg, das war einfach nur nervig. Der Letzte hätte es mir klar geworden, dass so vieles von dem Leben in dieser Stadt fremd ist. Die guten Leute von Haarstadt sprechen auf eine Art, die ich eigenwillig finde. Und Laternen, erstrahlend, ohne Anzünder, es gibt vieles, was ich nicht verstehe. Ja, und diese Kassettenspieler, die ihr benutzt, um die Gestalten von Geistern und Bestien anzunehmen und das Verschmelzen mit euren Verbünden, ist das für euch normal? Ich verstehe, einige Aspekte dieser Insel sind dir also vertraut, andere hingegen findest du seltsam. Es stimmt, ich bin in der Tat weit von Messalinen entfernt, sowohl was die Zeit als auch den Ort betrifft. Wenn es in dieser Welt mir unbekannte Freunde gibt, bitte ich dich um folgendes. Vielleicht könntest du sie irgendwann mal mit mir teilen. Ich möchte diese neuen Dinge erleben, bevor ich in meine Heimat dann zurückkehre. Es ist nicht deine Mission, einen Weg von dieser Insel zu finden? Ich kann es in deinen Augen sehen, du kannst dein Herz nicht so einfach vor mir verschließen. Aber sorge dich nicht, ich werde dir helfen, wo ich kann. In mir wirst du stets eine verbündete Unfreundin haben. Nun gut, lass uns nicht weiter trönen. Äh, Faro, jetzt... Ich hab mir jetzt... Ein Bonbon Teufel, der sich eine Schutzrüstung aus Metall und Glas gebaut hat. Es wird spekuliert, dass die seltsame Bekleidung einen Versuch darstellt, wie ein Astronaut auszusehen. Allerdings kann das niemand mit Sicherheit sagen. Kann man jetzt eigentlich immer mal irgendeiner verraten, warum wir genau jetzt... Wo wir auch wirklich gerade die Schwachen der Schwachen, außer wenn wir uns die Flinte vielleicht, mit hatten, warum wir jetzt zwei Bootlegs... Na, ich glaube, nur ein Bootleg... Ich glaube, das ist links auf der Seite... Einem Bootleg-Treffen... Glitzer... Der einzige Typ, den es so nicht gibt. Zum Blöcker. Okay. Der Zum Blöcker ist ein Geist, der sich geweiert hat, in den Sehensatz einzutreten, und klammert sich an den Ort an, in dem er begraben wurde. Würde er seinen Gabestell noch sein, könnte er erst recht das Scherping vielleicht für immer verlassen. Und auch dieses Windpieps da oben... Ja... Wirklich unvorderlich gerade laufen. Absolut auch nervig, weil die... Auch wenn es eine... Blöde Mars-Klapper ist... Klapper war, hätte ich die gerne gehabt. Äh... Weil es wäre mein erstes Glitzer gewesen. Und Bootlegs sind immer nice to have. Aber... Wo muss ich hin? Ach... Kuneko... Kuneko, du bist nicht hilfreich. Ich wäre das andere Fliege, fliege ich. Wobei ich glaube, dass ich der Niedergang war, als ähm... in die gute Viola gestorben ist. Ich glaube, das war am schlimmsten. Aber es ist trotzdem nett. Der Niedergang macht auch mal einen Du hast nur einen Ski-A-Bi-R-Ski-A-Bi-R-V-Z-K-A-Bi-L-T-E-T. Uneko, eigentlich bist du genau so leicht zu besiegen. Dann ist du da nicht nach Ellen. Jetzt ist doch guckerschessend. Oder schießt die Nachschuss. Wenn das Schuss ist... Ich habe eine Fliege hier drin, ne? Diese eine Fliege ist wieder nerviger als alles andere auf der Welt. Boah ey, ich bin echt gerade ein bisschen gefrustert, weil wir das da oben nicht geschafft haben, das ist gar nicht so schlimm. Das ist okay, das ist zwar ein bisschen nervig, wenn man es jetzt nochmal machen muss, aber das ist es auch. Aber dass wir jetzt wirklich Glitzer finden. Achso, das zählt ja wie Atfusion. Dass wir jetzt wirklich Glitzer finden, mehr oder weniger zum ersten Mal. Das ist halt schon mega ehrlich. Vor allem bin ich mit den, mit den, mit den, mit den allerschwächsten der Schwachen gerade. Das war eigentlich nicht zum ersten Mal, dass du mich beim nächsten Mal besiegst, Kunneko. Ach, blöd. Ich weiß, dass der Himmel über uns nicht derselbe ist, wie ich als Kind aus meinem Fenster gesehen habe. Aber einen Augenblick lang kann ich so tun, als sei er es. Ich kann mir vormachen, dass mein Zuhause nur ein Tagesritt von hier entfernt ist und ich nun wieder unter Freund und Familie bin. Ich frage mich, aus welcher Zeit sie kommt. Ich bin mir sicher, dass du es teilweise eh dich erfindest, wie du. Ich würde zu gerne wissen, aus welcher Zeit sie kommt. Hier sind alle statischen Encounter weg. Alle. Ich hatte das Gefühl, das wird wieder nichts. Gucken wir mal. Möchtet ihr gerade mit Licht oder so? Ich, was fehlt denn aber gerade? Anna the Bock. die Auseinandergenommen. Warum treffe ich denn die ganze Zeit nicht? Ich habe immer das Gefühl, das muss ich ernst nehmen. Hier, ein Thema. Das ist genau das aktuelle, was uns noch fehlt. Alles Luft, ne? Was hat das gerade mit uns gemacht? Was hat das gerade mit uns gemacht? Steh auf. Steht auf, Roger. Ah, zur Kiste. Ist die Quest jetzt wirklich weg? Kriege ich jetzt das andere Thema nicht mehr? Okay. Okay, okay, okay. Wo kriege ich jetzt das andere Thema her? Okay, okay, okay. Wo kriege ich jetzt das andere Thema her? Okay, okay. Wo ist die Show? 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 Hier warte ich denn nur Morganta auf mich? Der würde ich jetzt eigentlich nicht gerne entgegenkommen. Ah, jetzt hätte ich mir den reingelaufen. Aber alle schon gehören, Mogante. Wieso bin ich einfach one-hitted, ey? Wie sie aber nahezu alles one-hitted, ey. Ich glaube, ich kann sie besiegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.